Alltagswerte in einer Einsprechung, wie du kostest das? Gib mir bitte deine Telefonnummer. Hattest du mich gut verstanden? Was gibt es heute zum Essen? Kannst du mir ein neues Kind besagen? Wie wird das bessere Wochenende? Wir können einen Alpha machen. Hattest du mich gut verstanden? Machst du ihn bitte? Das fühlst du nicht kalt. Ich kann meine Hände nicht tun. Hast du es gesehen? Ich spreche sehr langsam und deutlich. Komm bald wieder auf der Suche. Ich habe mich sehr gefreut. Ich melde mich später bitte. Kommst du mit mir? Ich habe von niemandem versucht dich zu erreichen.